So, okay, ich baue jetzt mal ein Forschungszentrum mal hier hin. Nee, da muss ich irgendwie eine Zuleitung zu dem Forschungszentrum bauen, weil das wird ja wahrscheinlich immer komplexer. Ja, ich mache mal so ein... Nee, ich baue mal... Oder brauche ich ein neues? Nee. Ähm... So... Eingreif... Ah, ich habe mich vergessen. Eingreif haben wir nur. Und... Strom... Oh, das ist aber nervig, ey. Das nachts... Können die auch Lampen bauen? Das wäre cool, dann könnte ich mal nachts was sehen. So, Forschungszentrum hier hin. War natürlich clever hier den... Dingens hinzusetzen, den Strommast. So, dann... Brauche ich mich da auch nicht drum kümmern. Dann stellt er das nämlich automatisch dahin. Supi. Okay. So, was machen wir denn als nächstes? Okay, Grundaufbau sinnvoll machen. Aber einfach mal, damit ich eine Idee dafür kriege, Finder... Oh... Ah, Licht. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich eine Lampe kriege. Ähm... Ja, einfach mal einen, äh... Blick nachher reinwerfen und gucken, was dabei kommt. So, Stahl bauen wir mal als nächstes. Ich habe echt genug Strom. Dann gehe ich mal schnell gucken. Ja, ich brauche mehr Strom. So, jetzt ist, äh, erstmal Rohre bauen. Ein paar. Und die Dopperscheinwänden. Da. Okay, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das am sinnvollsten... Kann ich die mal hier so stackweise erweitern und hier den Dampf... Ah, warte mal. Wollte ich nicht mehr hochbauen. So, machen wir ein paar Rohre noch. Ja, da mache ich mir eben gar keinen Strom. Das ist dann zwar blöd kurzfristig, aber... Dann habe ich die so alle nebeneinander. Dann hat das mehr so Struktur. Ich mag ja gerne übersichtlichen Kram. Oh, komm. Okay, reicht wieder. Super. Okay. Nach der Maschine... Ja. Ja, genau. Das hätte ich... Ich hätte es cleverer machen können. Aber ich glaube, da wird man immer so nach und nach schlauer, wie man das sinnvoller konstruieren kann, ne? Also, wo man es sinnvoller bauen kann und wo man es praktischer hinstellt und so. So, Forschungsdrücke. Hm. Was kostet mich denn so ein blödes Forschungszentrum nochmal? Stromkreise. Kupferkabel, die habe ich ja hier hinten. Können wir doch da welche nehmen. So, Kupferplatten, ganz viele. Eisenplattenmopsen. Davon brauche ich hier so ein Forschungszentrum. Ach, da kann ich ja direkt anklicken. Da kann ich ja direkt ein zweites Forschungszentrum nebensetzen. Dann geht es ja wahrscheinlich schneller, oder? Ich stehe schon wieder zu weit weg. Okay, Forschungszentrum. So, cool. Okay. Dann, was habe ich noch nicht gebaut? Ah, der filternde Lichtlampen. Wasser habe ich, das habe ich schon mal alles gebaut. Irg. Okay, für das nächste. Automatisierung 2. Ah. Okay, brauche ich lieber erstmal die Automatisation dazu. Ja. Machen wir mal. So. Okay. Ach ja, die grünen Dinger. Dafür brauche ich Greifarme. Und Greifarme brauchen Schaltkreise. Schaltkreise brauchen Kupferkabel und Eisenplatten. Okay. Dann machen wir hier mal Kupferkabel hin, würde ich sagen. So. Oh, süß. Licht. Okay. Okay. Ich glaube, Licht ist Luxus, oder? Lampen gehen automatisch in der Nacht an und am Tag aus. Ja, das ist... Jetzt kann man ja wenigstens noch was sehen. So, also, zack, das muss jetzt länger. Und so ein Greifarm. Ne, die Musikerung war anders abtransportiert. Ah, die kann ich ja jetzt abtransportieren. Ich kann ja einen langen Greifarm machen, oder? Nee, äh, okay. Ich mach mir mal gleich Gedanken darüber. Erstmal bauen. Ähm, ich brauch so eine Fabrik. Und ich brauch Kupferkabel. Ähm. So, okay. Ah, boah, das ist aber blöd. Ne, das steht Schitte. Das ist ja echt unpraktisch. Ich muss ja irgendwie an die Kupferkabel kommen. Und da ist die Kiste. Das heißt, das Ganze muss einer oben. Einsam, der Pfosten kann noch woanders hin. So, ach, da haben wir Platz. Ich mach mal ein bisschen Abstand hier. Weil das so entzerrt. Und nachher ärgere ich mich darüber, dass ich das so echt eingebaut hab. So, du sollst grüne Chips bauen. Dafür brauchst du Eisenplatten, Kupferkabel. Dann brauch ich einen weiteren Arm. Ich baue ihn mal auf Vorrat. Okay, der läuft auf der richtigen Seite. Greift er von beiden Seiten? Ja, ne? Okay, ja. Gut, und... So, wo habe ich denn noch hier so einen Schienenweg? Danke. Ich glaube, ich sollte das mal so symmetrisch machen. Vielleicht sieht das dann schicker aus. Ja, nein. Keine Eisenbahn mehr. Ach, das ist die Lampe. Ich habe mich gerade gefragt, wo... Hoho. Okay. Finda, vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Tipps. Ich weiß nicht, je nachdem, wie lange du Pause machst. Ich werde heute nicht ganz so ewig machen. Ich schon ein bisschen länger dran bin. Aber vielen, vielen lieben Dank für deine Tipps. Das war echt sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, ich wäre völlig verzweifelt. So, ah, ja, jetzt muss ich wieder diesen Tyler-Arm machen. Cool, cool, okay. So, nochmal den... Wo ist mein Tyler-Arm? Da? Nee, der muss gedreht werden. So. Juhu. Okay. Flüssigkeitsbehandlung. Baue ich jetzt schon sofort Flüssigkeiten? Schwere Rüstung. Oh ja, dann können wir mich nicht so schnell über den Haufen schießen. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Ich bin ja so die absolute Kämpferin. Ich bin da richtig gut drin. So. Ach, du hast schon zwar eingelagert. Cool. Okay. Dann... Zack, kein Strom, weiß ich, aber... So. Und dann schauen wir mal... Boah. Guck, komm, warum läuft denn das nicht? Ah, ich deppin. Ey, das ist voll kacke. Na, egal. Irgendwann lerne ich auch solche Sachen, dass man den richtigen Weg nutzen muss. Dann gucken wir mal, was ankommt. Okay, Forschung. Rüstung sollte ich vielleicht generell mal drüber nachdenken, oder? Ach, kann ich ja alles nix bauen. Nicht bauen. Es fehlt wahrscheinlich all das ganze Blech, oder so, ne? Ich muss mir wieder ne... Ah, jetzt weiß ich, warum ich da vorne den Pfosten hatte stehen. Und ich fürchte, ich muss hier mehr... Da kommt ja gar nix mehr an. Ich brauch mehr Stahl. Habe ich noch einen Schmelzofen, den muss ich jetzt nochmal bauen. Wo sind die da? Einen Schmelzofen. Und einen, so einen Tunnel. Aber ich glaube, ich brauche einen Tunnel... Ist ja egal, wo ich mit dem Tunnel empfange. Ne. Den Tunnel muss ich hier rumbauen. Weil... Sonst passt das ja nachher mit den Schienen hier nicht. So. Zack, zack, zack. Ist das nicht? So. Okay. Du lagerst da ab. Jetzt kann ich einen weiteren Schmelzofen bauen. Und du nimmst ja... Ja, das ist super. Und... Boah, das sieht... Boah, cool. Danke für den Tipp, Kaiser Gamer. Das ist ja richtig praktisch. Dass ich weiß, wer was produziert. Cool. Muss ich mir das ja nicht merken. Sehr gut. Also ist bisher... Äh... Finder ist nicht viel Neues passiert. Ich habe nur eine Produktionsstraße gebaut. Für die grünen Chips. Weil die wichtig sind für die... grünen Tränkel. Also die Wissenschaftsportionen. Äh... Der muss hier Greifarme bauen. Warte, was braucht er noch für die Greifarme? Die elektronischen Dinger. Und... Eisenplatten, Zahnräder. Das sollte ja machbar sein. Warte, wenn ich das hier baue... Die Eisenplatten kommen hier an. Da kommen die Zahnräder. Und in der Kiste... Oh, das ist ja super. Fünf Exos-Kacke? Warte. Leichte Rüstung. Oh, okay. Da muss ich erst Eisenplatten einsammeln, ne? Da habe ich noch nicht so viel. Okay. Ja, da kommt ja noch richtig was an. Boah. Oh, so. Okay. Dann... Noch eins von diesen... Werkstätten. Was fehlt mir jetzt? Eisenzahnräder. Ah, die habe ich... Davon habe ich ganz viele. Aber Eisenplatten... Boah, das... Da muss noch nachproduziert werden. Da muss ich mehr von haben. Von den Eisenplatten. Also... Da ist echt nicht gut. Und ein Schmelzofen. So. Eine blaue Montageschiene. Das heißt, ich muss... Äh... Warte mal. Ist das schon... Nee, ich habe es mal nicht erforscht, ne? Das meinst du, ne? Montagemaschine 2. Okay. Okay. Dann wird das ja richtig aufwendig. Ich freue mich. Eisplatten. Ja, dann machen wir mal. Okay. Dann habe ich ja jetzt hier Zeit, rumzustehen und zu warten. Oder kann ich irgendwo was optimieren? Ich könnte Kupfer in Kisten packen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Also... Oder ich sammle mal Kupfer so ein. Da passiert ja nicht so viel. mehr Eisenplatten. Okay. Aber ich kann ja schon mal hier... Bis die Eisenplatten da sind. Die Schiene weiter. Das muss eigentlich auch weiter. Mal wieder. So. So. Nein. Ablegen. So. Ich brauche... Eingreifarm dahin. Okay. So. Jetzt habe ich schwere Rüstung. Kugelschaden. Naja, weiß noch nicht, ob ich das brauche. Fortgeschrittene, flexiblere Öfen. Hochofen. Oha. Oh, Schitte. Ich muss erst das grüne Zeug produzieren. Sonst bringt mir das ja nix. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Flüssigkeit... Oh nein. Oh Gott. Da können wir ja noch... Mein Gott. Das wird ja Wahnsinn. Oh mein Gott. Ja, dann brauche ich erst mal das. Davon habe ich genug. Das funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ich brauche Greifarme. Zwei Stück. Und Metallklein. Ich glaube, ich brauche echt ganz viele Wüfen. Sonst... Die müssen mehr machen. Die Eisenteile sind nicht genug. So. Mehr Eisenbahn. Ah. Na gut. Ich klaue mir die jetzt hier vorne irgendwo weg. Sonst wäre ich ja nie fertig. So. So. Jetzt bitte pass dazwischen, ey. Nein. Verflucht. Habe ich mich vermessen. So ein Shit. TeamSpeak habe ich nicht. Du kannst mich halt am besten hier drüber kriegen. Also bisher habe ich noch keinen TeamSpeak. Könnte ich mir mal zulegen. Aber ansonsten, du hast mich ja dankenswerterweise gefollowed. Und das ist ja echt richtig cool. Dementsprechend kriegst du ja immer mit, wenn ich hier unterwegs bin und was mache. Nochmals vielen, 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 vielen lieben Dank, weil ich glaube, ich hätte echt Schwierigkeiten gehabt. Lieber Finder. Und nicht zu vergessen, Kaiser Gamer, finde ich auch total cool, die sind Support, hat mich echt unterstützt, total gerne. Richtig cool. Okay, ich bin ja jetzt, ach ja, ich wollte Greifarme bauen. So. Und dann mache ich jetzt noch einen Greifarm von Hand, eine Truhe, die kommt dann hier hin. So, und dann sollte ich eigentlich für heute auch mal Pause machen. Wenn der Greifarm, ah, der Greifarm ist fertig. Okay, zack. So, das, ah, boah, jetzt könnte ich, ich brauche noch einen von denen. Ich muss da erst so eine Erntemaschine bauen, sonst vergesse ich das beim nächsten Mal. Für euch Eisenplatten. Ich brauche mehr Eisen. Nee, das ist ja kacke. Warte, dir klaue ich das mal hier oben. Dann kann ich dir das nämlich... Oh nein, ich habe noch jede Menge Eisenerz. Ah, ich trottel. Das ist doch voll Banane. Kann ich den da reinschmeißen? So, mal eben schnell alles einsam. Mal sehen, ob das hier so geht. Kann ich jetzt eine Erntemaschine? Ja. Super. Ja, cool. Vielen Dank für dein Angebot, Finder. Ich, äh, mach mir mal, äh, ich schlade mir mal den Client runter dafür und dann, äh, schreibe ich dich einfach mal an, wenn ich soweit fertig bin damit. Das wäre echt cool. Vielen lieben Dank für dein Angebot finde ich echt klasse, danke. Okay, so. Aber ich glaube, äh, mein Kopf raucht für heute. Und, äh, ich speichere das Spiel mal an der Stelle. Also, zack. Und, zack. Und, äh, so. Dann gucken wir einfach mal, ob noch wer anders zufällig online ist. Jetzt kann ich ja wieder Musik anmachen. Und, äh, so. Ich hoffe, schau